Wir drucken individuell. Wir bieten Sonderformate. Wir stanzen. Wir personalisieren. Wir veredeln. Und wir machen noch viel mehr. Jetzt Anfragen unter www.druckhelden.de Druckhelden. Individuell online drucken. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Druckhelden-Wip-Talk hier aus dem Stechert-Business- und Tagungszentrum nach dem Derbysieg, dem 1-0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Johannes Vandenberg ist da und der Kapitän Marco Caligiuri. Der Derbysieg wird nie langweilig, oder? Jetzt muss ich, glaube ich, aufpassen, was ich sage. Es ist so, dass wir, glaube ich, lange auf das 1-0 gedrückt haben. Es ist uns dann vielleicht ein bisschen glücklich gelungen mit dem Weitschuss, mit dem Abgefälschten. Aber insgesamt denke ich, war es ein mehr als verdienter Sieg. Und von dem her können wir heute stolz sein und den Abend auch genießen. War in der Kabine gerade mehr Party, oder war dir eher platt? Weil das sah nach sehr viel Arbeit aus heute. Tja, so ein Mix, würde ich sagen. Die Musik ist schon ein bisschen lauter gewesen als in den letzten Wochen. So Ballermann oder sowas, habe ich gehört. Ballermann-Hits? Nee, da bist du, glaube ich, falsch informiert. Ja? Das ist eher so Richtung Haus, Hip-Hop, Latino, alles Mögliche. Nee, die Stimmung ist sehr gut, auf jeden Fall. Johannes, dein erstes Derby? Wie war es? Ja, hat Spaß gemacht, ne? Also, die Jungs haben in der Woche, hat man schon gemerkt, dass die Anspannung ein bisschen größer ist als sonst. Und man hat es dann auch in der Stadt so ein bisschen gemerkt, dass da die Vorfreude groß ist. Und ja, mit Anpfiff auch, konnte man sehen, dass die Leute dem Ganzen entgegenfiebern und mitgehen und uns unterstützen. Und das haben wir gebraucht und, glaube ich, auch gut genutzt. Und letztlich dann auch verdient gewonnen, wie Marco schon gesagt hat. Wie sehr nehmt ihr das als Spieler wahr? Nehmt ihr diese Emotionen, diese Choreografie sensationell heute, übrigens muss ich noch mal sagen, von den Fans an? Nehmt ihr das mit aufs Feld oder versucht ihr da echt, das alles wegzudrängen, kühlen Kopf bewahren? Oder geht ihr da schon mit diesen Emotionen in dieses Derby? Nee, man nimmt es schon mit, ganz klar. Gerade auch in der Aufwärmphase, wenn man vor dem Spiel ist. In den Duellen dann selber ist man natürlich sehr fokussiert. Da kriegt man es dann nicht mehr mit. Aber man hat immer wieder auch Momente im Spiel, wo man dann mal hochschaut auf die Ränge, auf die Uhr, wie lange da noch ist. Und dann kriegt man das natürlich schon mit, wenn die Fans dann auch zufrieden sind und mitgehen. Und ja, dann auch so einen Sieg über die Zeit bringen mit. Johannes hat es gerade gesagt, er guckt auf die Uhr. Hast du auch auf die Uhr geguckt? Die letzten fünf, sechs Minuten, Fans auf den Tribünen. Ein paar saßen noch, andere haben dem Schiedsrichter versucht, ziemlich deutlich zu machen, dass doch jetzt Abpfiff Zeit wäre eigentlich. Wird man da auf dem Feld ein bisschen nervöser, guckt auf die Uhr oder versucht man einfach nur, sich aufs Spiel zu fokussieren und es ist eigentlich egal, wie lange das Spiel noch läuft, Hauptsache Ball raus. Ich glaube, je öfter man draufschaut, desto weniger schnell geht die Zeit vorbei. Von dem her ist es bei mir so, dass ich versuche, da gar nicht draufzuschauen. Und dann ging es heute gefühlt auch schneller vorbei, als zum Teil bei anderen Spielen. Und am Ende steht ein 1-0-Heimsieg, das, was wir uns alle gewünscht haben. Und es gibt doch einige Menschen, die auch auf diesen Heimsieg getippt haben. Wir kommen zu unserem VIP-Tipp. Wie immer geht es um einen 100-Euro-Gutschein für den Hummel-Online-Shop. Johannes, ich würde sagen, du ziehst einfach mal einen der Gewinner raus. Und der 100-Euro-Gutschein geht an... An die Julia Weber aus Würzburg. Aus Würzburg? Verfahren heute? Ist die Julia Weber noch da? Irgendwo schon, ne? Bisschen schüchtern? Sehr gut. Julia Mensch, Fußballfachfrau. Sehr gut. Sozusagen, ja sehr gut. 1-0 getippt. Den Gutschein gibt es dann gleich. Ja, dann darf ich Ihnen jetzt ein schönes Restwochenende, schönen Sonntag noch wünschen. Weiter geht es hier in zwei Wochen mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ihnen alles Gute und schönen Restsonntag. Wir drucken individuell. Wir bieten Sonderformate. Wir stanzen. Wir personalisieren. Wir veredeln. Und wir machen noch viel mehr. Jetzt anfragen unter www.druckhelden.de Druckhelden. Individuell online drucken. Ja. Und jetzt kommt der bamen Jaun Landkirchein. in der Zkill區. Wir fahren jetzt due eins ab.